Heiße Sommer und extreme Wetterereignisse. Auch Wohnungsunternehmen müssen auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren und ihren Beitrag zur Klimaanpassung der Städte und für mehr Artenvielfalt leisten. Viva West ist bereits aktiv geworden, zum Beispiel in der Böhmerwald-Siedlung in Dortmund. Hier bewirtschaften wir 284 Wohnungen und setzen in einem Pilotprojekt in den Innenhöfen und Freiflächen auf Obstbäume, Wildblumen und Wildkräuterwiesen und fördern so die Artenvielfalt. Vorteile bietet diese Gestaltung nicht nur für die Natur, sondern auch für die Mieterinnen und Mieter. Denn hier ist nicht nur Lebensraum für heimische Tier- und Insektenarten entstanden, auch die Aufenthaltsqualität für die Menschen hat sich so verbessert. Sie können das Obst ernten und sich am blühenden Umfeld erfreuen. Zum Bestand von Viva West mit knapp 120.000 Wohnungen, eines der führenden Wohnungsunternehmen in den NRW gehören auch rund 11,8 Millionen Quadratmeter Rasen-, Pflanz- und Verkehrsflächen im Wohnumfeld. Sollte das für die Mieter übrigens kostenneutrale Pilotprojekt in Dortmund erfolgreich sein, soll es auf weitere Quartiere ausgerollt werden, um die Biodiversität in der Region zu erhöhen.